HLNZ-10 kam zurück zur neuen Folge von Metro 2033. Im letzten Parts hatten wir ein paar lustige Erfahrungen mit Gegnern. Die muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Okay, was haben die hier alles? Schadflinte. Einfachste Werkzeuge, also in allen Fahrradteilen von Metallrohren. Diese Revolver-Schrotpflanze lässt sich daher leicht anfertigen und effektiv. Okay, das ist eine Schrotpflanze. Schienenkanone. Schießt Kugeln und Kugelnlager. Okay. Mein Tier hat sich interessant sein. Die kann ich gar nicht anpassen. Bei der kann ich ein bisschen was anpassen. Starke Batterie. Schwer, dass Kondensator mit dem Kondensator kann die Waffe ihrer Ladung schneller ansammeln. Vielleicht ist eine schnellere Schussfolge mit Schuss und Vollkraft möglich. Mit dem Kondensator ist ja Schienenkanone erheblich. Vielleicht kann ich die Waffe viel länger vorher nachladen zu müssen. Ah, nehmen wir mal so einen Kondensator mit. Ähm. Nochmal so. Was haben die sonst noch? Ähm. Giebel möchte ich eigentlich nicht benutzen. Vielleicht so eine Waffe. Schau, Munition. So haben die, äh. Gratis hier. Rumliegen. So, muss ich, wo muss ich eigentlich hin? Ich hab hier hoch. Hallo, Artyom. Wieso kennen mich ja alle Leute jetzt schon. Ja, auch egal. Hm, ich muss auf jeden Fall zu Miller. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Ich glaube schon. Wie sieht es aus? Ulmer, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Vladimir. Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit? Dann steigt auf. Tja. Hoffentlich passt das. Hallo, Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Tja, na to recht. Eine hübsche Basis, die die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polizei dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still? Wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du siehst, Artyom. Gewalt führt zu gewalt. Krieg zu krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf ist mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom. Ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Tja. Sieht sich sicher nochmal. Haben ja gesagt, das kann auch hier sein. Gehen wir mal durch den Untergrund. Was ist das Verlies der alten Kirche? Dunkler Tunnel, klappende Räder, der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Gierskaia. Das versuchen wir. Gierskaia. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlegt. Sind aber keine Menschen mehr. Es war auch interessant, dass wir uns in den Platz gesichtet vorhin sagen. Eine Art Nemo. Tja. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und der Kansich nicht da rein an was passiert ist. Hört, ja nicht! 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 Geh weiter, glaube und geh weiter Um den Himmel zu sehen, die Sonne und uns anzuhören Geh weiter Artyom! Artyom! Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich Nimm das Licht weg, du blendest ihn Artyom, bist du okay? Hörst du aufstehen? Artyom, was war das? Wir kommen an! Hier ist eine Luftschleuse Gut, anhalten Hölle, ich kriege ehrlich das Grusel Boris, schau mal nach dem Tor Die Steuereinheit ist zerschmettert Alle Träte sind abgeschnitten Vlad, wir müssen diese Tür öffnen Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung Wir brauchen keine Überraschung Scheiße, ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft Ach, das ist ein Verkehrsseiten, Jungs Okay, okay Wo haben wir ihn? Such das erste Diagramm Ober, schauen Sie her Erst verbinden wir die Türkei Scheiße Ich denke, wir sollten das nicht ignorieren Wir sollen es! Feuillen! Richtig eine Mulsion haben wir, glaube ich, nicht Wir zum Teil Ah, wir hätten das mal durchlaufen sollen Ah, verdammt Schauen Sie her Erst verbinden wir die Drähte Dann auf das Zeichen Legen wir die Schauter Ja, das war halt durchladen, wie gesagt Ignorieren Denosarten Dinosaurier Feuer! Was sind wir? Was sind Sie? Was sind Sie? Wir sind hier Ja, Sie sind Sie Wir sind hier Nein 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 Ja, komm schon. Das wäre doch zu einfach, wenn alles klappläufen würde. Ja, wir wissen ja, wie wir die Anomalie umgehen können. Einfach nicht bewegen. Das ist ziemlich knapp. Ja, ich wollte schon sagen, es sieht ziemlich nach Ende aus. Okay, reißen wir uns zusammen. Vor uns liegt noch ein langer Weg. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Na dann mal los. Hm. Ja, geht schon mal vor. Ich sammle hier noch ein bisschen Zeug. Oder auch nicht. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ulmach, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan entdeckt den Komiker. Artyom und Wladimir. Ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Plötzlich nach dem Schlacht landern. Wie wäre es mit einer Rauperpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten. Große Taten warten auf uns. Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbütern zu verändigen. Tja. Vor allem... Es ist nur eine freundliche Stimmung hier. Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ulmach, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Feldherr. Wie Sie sagen, meinen General. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier rum. Okay. Mach ich das mal. Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Schalter. Artyom! Artyom! Bist du okay? Noch hier. Es ist nur die Frage, wie lange. Ich glaube, es wird eine Falle. Jetzt versuchen wir es nochmal. Gut gemacht, Artyom. Du hast dir einen Orden verdient. Ulmach, überprüfen Sie den Teich. Ich gehe nicht. Es ist zu dunkel und unheimlich der Dreh. Tja, stimmt allerdings, dass es da dunkel ist. Pass auf, was du sagst, Soldat! Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Das ist kein gutes Zeichen. Ein bisschen Strom aufladen. Angriff ist die beste Verteidigung. Vladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Dann bleibe ich mal hinten. Ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ulmach, ich wünschte, Sie würden diese albenen Witze sein lassen. Das ist nicht so. Was wird passieren? Die reden mir eigentlich immer nicht. Ah, da kommt noch mehr. So, die fokussieren sowieso nicht. Heißt, wenn ich einfach im Kreis laufe. Das sollten die freie Schussbahn haben. Okay. Wie gesagt. Das hört sich nicht freundlich an. So, hoffentlich schaffen wir es. Wie gesagt. Die Gegner fokussieren komischerweise nur nicht. Obwohl ich ihnen gar nichts getan hätte. Kann sich allerdings nicht danach haben. Anscheinend sind wir durch. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Tja, ich lege wieder den Schaltzorn. Ah, das ist... Das ist nicht gut. Vorsicht. I was, boers. Boers. Mein Freund, warum? Stefan. Es sei halt. Du kannst dem nicht helfen. Stefan, gehen wir. Diese bastarde. Boris, ich wünsche dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Diese göttverdämte bestie. Tja. 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 Weil ich... muss leider was sich einlassen. Okay, los! Noch ein bisschen mehr! Mh... Wie gesagt, sieht es ziemlich Richtung Ende aus? Gasmasken auf! Tja, das wirkt nicht so gesund. Ullmann! Überprüfen Sie den Teich! Ha! Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? So, wieder ein bisschen Munition. Alles frei! Gehen wir! Tja, gehen wir mal. Ich hab nichts dagegen. Das schau ich mir mal. Vorsicht, Männer! Vorsicht! Hm. Okay, wirkt... Nicht so einladend. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchkampf. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Was war das? Was? Tja, was soll das gerade noch mit Leiste sein? Ich glaub, daraus wird nichts. Ah, wie gesagt, daraus wird nichts. Jetzt. Und ich schon erwähnt, die KI ist noch zu mir her. Hä? Wir müssen jetzt... Wirklich. 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 Das war nicht so gut. Naja, wir sind wirklich ganz schnell raus. Ah, verdammt. Diese Tür führt nach D6. Sind wir da? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Zwei, hoffentlich sind wir da. Scheiße, abgeschlossen. Ich bin nicht überrascht. Was ist denn damit? Sieht wie eine verdammte, bombensichere Tür aus. Na dann mal los. Hab ich. Aktion, schau dir mal diesen Raum an. Welchen Raum? Den hier. Wieso muss ich das eigentlich machen? Bist du in Ordnung, Aktion? Gut. Wir versuchen zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Okay. Okay. Es gibt neue Gegner, die ich eindeutig noch widerlicher finde als die Spinnen an sich. Ah, verdammt, Kifo. Ich hab's doch gerade noch gehört. Naja, werde ich allerdings dem Patentiersteller auch schon überwenden. Ich bedanke euch für's Zusehen. Wir lassen eine Bewertung darüber, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr was wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Mal wieder bei Metro 2033. Ciao!